Hallo liebe Volleyballer, heute zeige ich euch den CrazyFlight Bounce 2. Er ist das Downgrade vom CrazyFlight X2 und hat einen ganz neuen Look bekommen. Außerdem hat sich auch der Schnitt etwas verändert und zwar bringt Adidas jetzt nur noch Unisex Schuhe raus und der CrazyFlight Bounce ist basiert quasi auf dem Rist von den Frauenschuh und ist dadurch etwas, vor allem für die Herren, etwas schmäler geschnitten. Wie der Schuh aber genau ausschaut, das zeige ich euch gleich noch etwas genauer. Schauen wir uns zuerst das Obermaterial von CrazyFlight Bounce 2 an. Dieses besteht ganz neu jetzt aus diesem Art Stoffmaterial, welches an den wichtigen Stellen hier durch so Kunststoffverstrebungen bzw. auch durch so eine Kunststoffplatte noch mal verstärkt wurde, damit das Ganze natürlich mehr Stabilität erhält. Allgemein ist das Obermaterial hier etwas simpler gehalten als wie beim CrazyFlight X. Dafür aber sind die nötigen Elemente da. Hier zum Beispiel auch im Ösenbereich wird das Ganze noch mal stabilisiert, was hier auch gut erkennbar ist. Adidas bietet hier die Möglichkeit, den Schuh entweder enger oder etwas weiter an den Fuß dran zu schnüren, was natürlich jetzt dadurch auch, dass es ein Unisex Modell ist, clever gedacht ist. Hier hinten in diesem Einstieg wurde der Rist etwas weiter nach oben gezogen. Das hat sich auch geändert. Dadurch kommt man einfach leichter in den Schuh rein. Wenn wir uns jetzt die Mittelsohle angucken, hier hat sich zu dem Vorgänger nichts verändert. Es ist eine ganz normale EVA, Dämpfung in den Schuh eingearbeitet, der alle Sprünge wirklich hervorragend abdämpft. Auch die Außensohle ist leicht geblieben. Hier vorne hat man wieder eine sehr flexible Zone, vor allem gut erkennbar auch hier mit diesem Drehpunkt. Hinten ist der Schuh vor allem außen stabilisiert, was dann für alle seitlichen Bewegungen die nötige Stabilität bietet. Beim CrazyFlight Bounce ist alles etwas simpler gehalten als wie beim CrazyFlight X. Trotzdem erfüllt er die wichtigsten Kriterien und ist meiner Meinung nach ein Top-Schuh zum Volleyballspiel. Den Schuh könnt ihr ganz normal bei uns im Onlineshop auf wieplayvolleyball.de kaufen. Wenn ihr Fragen habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar und wir helfen euch weiter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.